Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Hallo zusammen. Ach, der Europa-Park hat wieder offen und wir dürfen alle rein. Ich war mit dem Papa schon drin und hab neue Videos für euch. Also, schaut's euch an. Tschüss. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Live vom Europa-Park. Schaut hier. Oh, kurz vor Feierabend. Hallo. Hallo. Die Leute gehen nach Hause. Okay. So. Ich zeige euch hier. So. Schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wieder gesund und passt auf euch auf. Martin. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Schauen wir mal, was die Baustelle macht. Okay. Da kann man durchschauen. Okay. Ach, du dickes Ei. Riesentiefes Loch. Okay. Okay, gehen wir mal weiter, hier noch ein kurzer Blick zur Rolandkicker. So, schauen wir mal, Juhlbieben müsste ja jetzt auch offen haben. So, das ist hier, heute verbildbar, Tickets 12 Euro. So, das ist hier, heute verbildbar, Tickets 12 Euro. Hier kann man auch gut durchschauen. Schaut mal, Wahnsinn. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ein riesengroßes Loch. Und vor allen Dingen tief hier. Ja, Wahnsinn. Stahlträger zum Abstützen. Ja, das sieht hier mal richtig gut aus. Schön. Hallo. Okay. Okay.